Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin, ups, mein Mikro, zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 3. Wir sind fertig mit Ben, mit Ben, mit Ben Salah und werdet dann erst mal weitergehen Richtung Bakarisch, einer großen Stadt. Wir haben viel zu tun, es wird wahrscheinlich Überlänge haben, also kein Problem. Äh, keine Sorge, dass ihr dann schon nach 20 Minuten Tschüss sagen müsst, es sei denn ihr wollt es natürlich. Aber es könnte durchaus sein, weil Bakarisch ist doch ein ziemlich großer Ort, wenn ich mir mal die Fläche anschaue. Äh, wir werden ein bisschen Spaß haben. Obwohl, eigentlich wollte ich erst nach Morasul. Egal, wir sind schon mal hier, wir mördern uns jetzt durch. Es wird ein Spaß werden. Wie sagte man so schön, ähm, vielleicht könnt ihr mir helfen, das wäre einmal ganz gut. Vielleicht habt ihr eine Idee, woher ich dieses Zitat habe. Aber, aber alles hat seinen Preis. Von welchem, von welchem NPC, ich glaube Gothic 2, habe ich das? Ich weiß es nicht mehr. Sag mal. Nö, sehe ich nicht so. Na los, komm. Ihr frisst das. Und Tschüssi. Schöner Hoppser. So. Dam, dam, da, da, da. Tja. Alle Quests konnten wir natürlich nicht erfüllen. Aber ich werde bemüht sein, die Nomaden hier wieder zu einem Volk zu machen. Hm? Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Nein, wir sind eher auf der Seite der Nomaden, als auf der Seite der Assassinen. Obwohl ich deren Kampffertigkeiten geschätzt habe. Und auch mir... Was? War was? Wo, 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 komm? Wo, komm, die Musik her? Hä? Dum, 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 dum. Ja, also wie gesagt, heute wird es ein bisschen, äh, länger dauern, nämlich mal an. Weil, ganz einfach, weil... Das ist auch schon die Antwort. Moin, Jungs. Hör mal, einer nach dem anderen, bitte nicht auf einmal. 180, das gibt ja schon ganz viel. So, ich glaube, da kam gerade die Musik her. Jetzt wollen wir den Leuten von Bakere schon mal zeigen, wo die Musik herkommt. Ich glaube, die Musik wird noch ein bisschen andere Töne spielen, als nur... Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Mist. Obwohl ich heute hauptsächlich Assassinen kloppen will, dürfen die hier natürlich nicht fehlen. Hat sich hier nicht der... Nee, gar nicht. Wer hat sich denn hier niedergelassen? Oh, Jungs, komm her. Komm mal. Ja, komm doch. Ich konnte die Quälder eh nicht mehr abschließen, weil ich angerufen werde, sobald sie mich sehen. Hey, einer nach dem anderen. Ein Bogen ist unfair. Ja. Ja, dann komm doch. Oh, da kommt... Die... Die Konkubine tanzt auch mit. Ja, dann tanz doch. Hallo, greifst du mich gerade an? Ich will euch nicht bekämpfen, Mädels. Ah. Ah. Sag mal, was soll denn das hier? Komm mal auf da. Oh, oh. Oh. Er ist der Schwarzmagier. Sehr gut. Hallo? Oh. Schön, dass ich noch ein bisschen Erfahrung kriege, nebenbei. Ich wollte mich eigentlich mehr in die Stadt reinbegeben, bevor ich kämpfe. Ach. Tja, ich weiß, gescheitert, gescheitert. Ich hätte diese Quests erst noch erfüllen können, aber nur, wenn ich dafür ein paar Nomaden töte. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich jetzt für die Nomaden entscheiden, sonst hätte ich noch mehr Quests erledigen können. Das ist ein schöner Hoppser. Wir machen jetzt kurz Prozess. Fertig. Sag mal. Wie lange der auch durchhält mit der Rüstung, ne? Oh. Tschüss. Ich muss gucken, dass der Schwarzmagier nicht nachkommt. Aufheben. La, 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 la. Lass mich erstmal laufen. Warte. Das ist Schwarzmagier. Das ist nicht gut. Hm. Mach mal einen großen Bogen. Ach, verdammt. Jetzt reicht's aber. Woho. Hier. Zu dir will ich. Aua. Hey. Hey, du hast dich ja gedreht beim Kämpfen. Au, au, au. Ne. Wer kämpft denn da hinten? Boah. So, ich hebe erstmal was auf. Explosive Leidenschaft, elegant und schmutzig. Bleib stehen, du Hund. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Na los. Ich werde dich töten. Ui, ui, ui. Ich will das Krokodil erstmal aufheben. Jetzt will ich erstmal dahin zurück, wo wir eigentlich gekämpft haben. Kommt mal mit, Mädels. Bam, 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 bam. Da liegen schon ein paar. Hm. Und umdrehen. So, hier können wir weiter kämpfen. Aua. Ne, man muss nicht unfair werden. Au. Doch nicht von allen Seiten. Aber ist ja auch bald mal Ruhe im Ruf. Hey, den hat die schon mal ledigt. Das muss einer aus der Arena gewesen sein. Der auch. Oh. Ja, ja, ich stehe hier. Ich wollte dich hinter mir eigentlich zuerst treffen. Hör doch mal auf da jetzt. Weißt du, ich bin ein Paladin-Mörder hier, ganze Städte. Und die Paladine von den Milizen kriegen das nicht mal hin. Irgendwie, uh, muss weg. Laufen. Einmal einen Schwarzmager gesehen. Schon vernichtet. Ich glaube, wir können das jetzt nochmal machen. Ach, verdammt. Und ich glaube, ich habe gerade den falschen Ladestand genommen. Nein. Aber spielen wir doch erst 10 Minuten. Oh Mann, oh. Ich vergesse zu speichern. La, 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 la. Aber das gehört dazu. Das gehört leider auch dazu. Wir waren gar nicht so schlecht bis zu dem Moment, wo wir es wurden. Ja. So kann man das eigentlich sagen. Das war der falsche Ladestand. So. Ähm. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, das noch geheimer zu machen, aber... Ich glaube, das war schon gar nicht mal so schlecht. Wenn die Schwarzmager nicht wären. Hm. Ich überlege gerade, ob man die vielleicht separat irgendwie... Jetzt darf ich echt den ganzen Weg nochmal laufen. Ähm. Ja, aber wie? Wie kriegt man die gesondert irgendwie? Hm. Ja, ich werde mal sehen. Theoretisch hätte ich jetzt die Aufnahme nochmal neu beginnen können. Nö, komm. Wir machen das hier gemeinsam. Mitgehangen, mitgefangen. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Noch einer ohne Fahrschein. Vielleicht hätte ich hier mal schon mal speichern sollen. Ach komm, mache ich einfach. Hätte ich vorhin auch schon machen können, ne? Ach, ich war so im Elan vorhin. Dum, 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 dum. Okay. Würde ich sagen... Ähm. Schaue ich dann erst mal weiter. Ähm. 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 Alles klar. Ob ich mich in irgendwelchen Häusern verstecken sollte? Na, kommt ihr? Na, kommt noch. Die kommen echt nicht näher. Nun wirst du sterben. Tschüss. Ich war es nicht. Glaube ich. Der Magier muss weg. Das ist mir das größte Problem. Oh, das war knapp. Wo? Wo denn? Da. Wo kommst du denn her? Ja, dann komm her. Oho. Hey. Weg, 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 weg. Hier ist noch einer. Irgendwo ist hier noch einer. Hör mal auf hier. So. Ich hab hier doch noch einen gehört. Ha. Hm, bestimmt. Mist. Ja, bestimmt. Ich hab hier noch mal gefilmt. Noch. Kommt ihr doch mal her. Ja. Ja. Könnt ihr mal stehen bleiben? Ja. so ein bisschen wie hasen schießen oder wie man das nennt ist ich mich erschrocken muss das denn sein man immer auf damit da da man weißt du was wir gehen noch mal runter ich ändere meine strategie so fangen wir unten an jetzt du komm her da 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 halt das wollen wir mal sehen du nicht geh mir doch mal aus der sonne was hat er da beschworen tschüss ja gott ich darf das nach alles absuchen ich höre einen starken zauber neben mir ich schicke nichts was macht er da was macht er da so ne art eiswelle wie der flitzt tschüss 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 geh mir aus der sonne tschüss 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 au schlechte idee erhy zuрий wischen. Unbedingt. Och, Lady. Au! Rennt mich hier so ein Halbtakt ein. Ich finde das eine ganz gute Strategie. Mist. Na, gehst du wohl weiter? Oh, fast. Fangen wir mit dir an. Ups. Ach, verdammt. Hast du dich da gerade geheilt? Ah, renn doch nicht mehr weg. Sag mal, wo wollte ich eigentlich hinrennen? Wie viel... Wie viel Meter wollte ich denn noch rennen? Und da ist es denn! Hallo, Zauberer. Kannst du mal stehen bleiben? Ja, komm du her! Ja, vor allem, ich glaube, wenn er auf der Reichweite ist, ist er ständig wieder vollgefüllt. Was ein bisschen nervig ist. Ein bisschen sehr nervig ist. Na, komm doch. Ah, endlich. Du nicht. Ach, Mädels. Oh, tschüss. Jetzt lass mich doch erstmal laufen. Ich bin, Mann. So. Du zuerst. Okay. Nicht vordrängeln, bitte. Da, Mann. Kann ich die mit nach Hause nehmen? Die läuft mir nah. Schöne Tänzerin. Hey, das war unfair. Hier. So. Zuckt die noch? Ach, nur ein bisschen. Dann ist es ja gut. Hm. Au. Er ist da. Nein. Ich habe gar nicht bemerkt, dass das ein Magier ist. Pff. Ich bin doch nicht lebensmüde. Erstmal fangen wir mit dir an. Tja. Niemals. Hasul. Och, Könas. Nein. Ich will weg. Wenn der Magier nicht wäre, wäre das alles ein bisschen einfacher. Speicher mal. Der muss hier doch irgendwo stehen. Da. Schatzwächter von Baccarish. Schatzwächter von Baccarish. Ach. Tschüss. Hey, Silvio hatte noch Gold. Hey, Arschnu. Komm mal rüber. Tja. Mist. Weg, 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 weg. Ah. Höh. Das ist noch einer. Lauf doch. Huh. Kommt ja eine andere Magier her. Hab dich. Mist. Ha. Müsste ich mal so weit wegrennen? Hm. Hm. Tja. Damit hab ich grad einiges zunichte gemacht. Was? Wer? Wieso? Was denn das? Ah. Schwebt einer. Ganz heimlich speichern. Hey. Hör mal auf hier. Oh oh. Weg, 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 weg. Tschüss. Pfff. Da. Ich hab doch gerade einen hier gesehen. Hab dich. Ähm. Hab dich. Wer ist denn Reit? Den kenn ich ja noch gar nicht. Hallo? Lass mich einmal angreifen. Weg. Hau ab. Hau ab. Ne. Ernsthaft? Bestimmt. Hallo, ich will Hernando angreifen. Ach mit. Ach mit. Ich sollte weg. Deswegen. Oder ich sollte ran. Mach ihn fertig. Komm. Ist was. Pfiuh. Das ist ein etwas anstrengender Part. So, ich geh jetzt mal aufheben, was hier hinten alles starb. Sigmor. Sigmors Truhe gibt es irgendwo in einer Höhle. Habt ich schon gesehen, aber... Ähm. Den Schlüssel hab ich noch nicht gefunden. Weil ich nicht weiß, wo. Vielleicht hätte ich den von ihnen bekommen mit einem Quest. Ich weiß es nicht. Die beste Ausrüstung haben wir jedenfalls schon. Da bin ich mir fast sicher. Na komm her. Das war's. Sind die gerade alle despawned? Ist das gerade alles, die spawnt? Habe ich das gerade richtig gesehen? Bakkeresh ist erobert. Das war gerade, glaube ich, ein bisschen buggy. Ähm. So. Knapp eine halbe Stunde gebraucht. Oh, geht eigentlich. So, dann lass mich mal sehen. Wie viele Quests haben wir denn jetzt, äh... Ja, alleine in Bakkeresh, ne? Fünf Quests. Naja, das waren auch lästige. Ich wollte die auch nicht mehr machen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich nicht. Die von Bakkeresh hätten wir nur machen können. Und die eigentlich auch. Ähm. Wir hätten vielleicht den einen oder anderen Quest noch lösen können. Aber mir war jetzt wichtiger, dass wir auch mal vorwärts kommen. Ähm. Abgesehen davon. Ich habe jetzt 71 Leben, äh, Erfahrungspunkte. Und so langsam stoße ich auch an meine Grenzen von dem, was ich ausbauen möchte in meinem Skillbaum. Ähm. Ich könnte noch Paladin werden, ja. Hm. Hühlt sich dran als Stärke. Puh. Dafür müsste ich aber für den König sein. Für Innos. Wir werden sehen. Ich, äh, habe mich noch nicht entschieden. So. Äh, wie machen wir das? Soll ich jetzt noch aufheben? Das kann jetzt noch... Kann jetzt noch 10 Minuten dauern. Bestimmt. Ach, egal. Komm. Machen wir heute eine lange Folge. Habe ich ja versprochen. Dann heben wir jetzt noch ein bisschen gemütlich auf. Und dann kümmern wir uns das nächste Mal um Morasul. Morasul. Oder einem anderen Ort, der hier noch übrig ist. Es wird noch eine Menge zu tun geben. Oh. Waffenbündel. Waffen. Waffen. Okay. Ähm. Ja. Bisschen was zu tun gibt es hier jedenfalls noch. Wir könnten eigentlich erst mal ins Bett. So. Machen wir erst mal bis zum Morgen. Äh. Wer schläft nicht gerne in Helm und Ritterrüstung? Mit dem Schwert im Rücken. Fass er was? Äh. Wasserfass. Nichts zu holen. Das habe ich gesehen. Uh. Yeah. Waren hier nicht Sklaven? Oder sind die umgebracht worden? Wir sehen uns erst mal hier im Städtchen um, ne? Hocker. Ist das nicht ne Suppe? Reis. Naja. Wir können später noch was suchen. Was? Du Dieb. Na warte. Ernsthaft? Leute. Es gibt einen Kampf. Ja. Ich wollte das nicht. Was war das denn gerade? Ich wurde hier als Dieb gebrannt, Mark. Ach. Laris. Geldern ist befreit. Du machst mal wieder einen riesigen Wirbel. Die Orgs in den anderen Städten werden sich das nicht bieten lassen. Das lass mal meine Sorge sein. Die sind doch schon alle tot. Naja. Du wirst schon wissen, was du tust. Hm. Die sind schon alle tot, Laris. Wer denn jetzt? Ist das dein Ernst? Da. Jetzt reicht's aber. Okay. Auch noch beklaut. Hey. Er wollte es nicht so, wie ich es wollte. Abgebrochen. Hm. So. Ich würde doch wohl noch die Stadt, die ich erobert habe, plündern dürfen. Abgebrochen. Ach, es ist ja wohl. Wie viel Dietrich habe ich noch? Ich gucke mal lieber ein bisschen nach. 30. Okay, das ist noch genug. Ich wollte ja nachher noch was anderes aufnehmen. Ich habe noch so ein ganz altes Spiel. von 2014 ist mir aufgefallen. Das ist schon steinalt. Das muss ich mal wieder anfangen. No one lives forever. Aber wenn diese Folge rauskommt, habe ich No one lives forever wahrscheinlich schon längst hochgeladen. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Vergessen wir die Sache. Nein! Dreckiger Dieb! Hier werde ich helfen! Da ist nichts zu holen. Wir unterhalten uns gerade. Ja, das habe ich gesehen. Die Nomaden sind hier schon eingekehrt. Wollte ich mich veralbern? Heißt das, ich kann ja nichts mehr plündern? Nö. Na gut, dann lasse ich hier das meiste stehen und kümmere mich nur um schwere Truhen oder wenn ich hier irgendwas Schönes finde. Machen wir das so. Sonst habe ich jetzt gleich hier jeden am Hals. Denn ich will ja noch... Ich weiß, dass es hier irgendwelche schönen Kisten gibt. Ich könnte einen Bären fressen. Kiste. So, dann gehen wir mal da oben rein, wo wir nie hinkamen. Die fährt jetzt mich doch wohl in meine eroberte Stadt noch plündern lassen. Du hast uns den Sieg gebracht. Ja. Wir können später noch reden. Er hätte mich übrigens gefördert. Also er ist derjenige, bei dem man hingehen muss und sagen, kommt Sklaven, wir greifen Bakkeres an. Da gehen wir gleich lang. Ich wollte hier außen erst mal gucken. Oder sind das nur Kammern hier hinten? Nee, das ist ein Labyrinth. Da gehe ich gleich rein, sonst bin ich gleich verwirrt. Ähm. Bin schon verwirrt. Ist schon vorbei. Da, 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 da. Ich gehe da drüben erst mal die Brücke rüber. Ich hätte mich zu gerne auch auf die Seite der Assassinen geschlagen, aber letzten Endes waren sie doch für die Orks und irgendwie muss ich mich ja entscheiden. Ach. Was ist denn das? Ich komme mich aber nicht hoch, oder? Nee, das hätte mich aber stark gewundert. Ob man da irgendwie sich hochglitschen kann? Bestimmt. Es gibt bestimmt irgendeinen Cheat, mit dem man da hochkommt und dann da findet, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, das Spiel zu beschummeln. Game over. Ist das eine große Beliastar? Ja. Was ist denn das? In Edelsteinen eingefasste Säulen. Wie schick. Hä? Ich bewege mich nicht, macht alleine. Dazu bin ich nicht bereit. Das habe ich mir gedacht. Da, eine Kiste. Große? Ach, egal. Oh. Komm, nehmen wir mal mit. Ich vermisse aber noch eine Waffentruhe. Es muss hier irgendwo eine geben, ich weiß nicht mehr wo. Ach. Es ist ja wie verhext. Vielleicht gehe ich da drüben nochmal hoch. Dann war einer von den Schwarzmagiern wohl der Chef hier. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Hm. Oh. Hier muss ich einfach durch. Goldpokal. Die Schatzkammer von Bacalash. Oh. Ich weiß nicht, was ich gerade mitgenommen habe. Ihr könnt ja Stop drücken, ich nicht. Toll. Okay. So, ist hier unten noch mehr, Schatz. Gold. Tatsache. Schatz, Gold. Teleportstein. Stabile Metalltruhe. Abgebrochen. Bestimmt ist der Teleportstein, um direkt hier in den Tempel zu kommen. Nehme ich mit. Goldpokal. Schmuck. Und Steintafeln. Großer Mannertrank, Mannertrank. Uninteressant. Heiltrank, Heiltrank. Gegengift. Schatz, Heiltrank. Große Truhe. Zwei Stück. Nichts Besonderes, aber was Sonderliches vielleicht. Drei Dietriche. Hey. Jetzt verfolgen mich bestimmt die Nomaden, weil ich ihren neuen, erworbenen Tempel schon geplündert habe. Ich hab euch erobert. Ich hab euren Ort erobert. Also lasst mich doch gefährlichst plündern. Ich glaube, ich muss hier hoch. Verwirrend. Ist hier echt keine Waffenkiste? Ich hab bisher nur große Kisten gesehen. Alles klar. Ist das nur so ein Rundlauf hier? Ja. Verstehe. Verstehe. Okay. Echt keine Waffenkiste. Ähm, was war das für ein Teleport-Zauber? Das da. Teleport zum großen Belia-Tempel. Hm. Uninteressant. Komm ich hier irgendwo raus? Pass gut auf dich auf. Du auch. Gut. Ähm, ich passe jetzt noch ein bisschen gut auf mich auf. Und dann werde ich mal versuchen, dass wir das nächste Mal in Morassul beginnen. Die Folge ist schon ein bisschen lang geworden. Ich weiß. Aber es hatte ich ja vorher angekündigt. Wir machen am besten an der Stelle weiter. Und gehen in Richtung Morassul. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.